Hallo du Liebe, du hast Interesse bekundet an meinem Tanzkurs, den ich den Blühauf-Wohlfühl-Kurs nennen werde oder nenne, aus dem Grund, weil ich mein Coaching Blühauf-Coaching nenne und dann eben der Wohlfühl-Kurs. Und in diesem Kurs geht es darum, dass du bei dir ankommst, ja, dass du mal aus dem Funktionieren herauskommen kannst, dass du den Kopf frei bekommst, dass du mal einfach loslassen kannst, die Kontrolle abgeben kannst und einfach ganz bei dir ankommen darfst, in deiner Innenwelt, mal das alles, was im Außen ist, für einen bestimmten Zeitraum ausblenden kannst oder zumindest deinen Fokus auf dich richtest, auf deine Innenwelt, dass du wieder in diese Verbindung mit dir kommst, dich wahrnimmst, was in dir vorgeht und dich spürst, dass du in so eine Leichtigkeit kommst und einfach wieder ein Gefühl für dich kriegst, ja, weil wir so oft im Alltag sind, wir so viel im Außen, wir haben so viel um die Ohren, so viel zu tun, so viel zu regeln, so viel zu kontrollieren und dann geht es darum, einfach mal fließen zu lassen, sich einfach mal fallen zu lassen, dich hinzugeben und ja, darüber eben diese tiefe Verbindung Stück für Stück zu dir selber wieder herzustellen und aber auch, ja, Blockaden zu lösen, Energie wieder fließen zu lassen, Gefühle vielleicht auch wahrzunehmen oder bestimmte Bedürfnisse ja und auch Gefühle eben wieder in den Fluss zu bringen und ja, sich dann einfach wieder frei und leicht zu fühlen und das soll erreicht werden, das möchte ich erreichen, indem ich mit dir nicht nur tanze, sondern in diese Tanz- und Bewegungselemente eben auch Elemente, also Meditationen einbringe, Atemtechniken einbringe, dass wir auch, ja, Dehnungen machen und solche Geschichten einfach so, ich sag mal, ganzheitlicherer Ansatz, der auch, ja, für mich als Coach dann natürlich die Persönlichkeitsentwicklung mit einschließt, also wo es wirklich darum geht auch, gerade wenn du dich bisher noch nicht so traust, dich zu zeigen, ja, oder es eher auch gewohnt bist, nach Anleitung zu tanzen und etwas, wo es sehr im Kopf ist, dann ist es halt ganz besonders auch für dich mal wirklich das auch loszulassen, intuitiv zu tanzen, also es geht hier darum, wirklich intuitiv dich zu spüren, dich fließen zu lassen, ja, in diese Verbindung mit dir zu kommen, eine Leichtigkeit zu haben und einfach zu schauen, was kommt denn da aus mir raus und das ist einfach ganz, ganz kraftvoll und eine sehr schöne Art, wie ich finde und festgestellt habe, eben, ja, auch ganz viel für sich zu transformieren, zu lösen und einen ganz schönen entspannten Zustand zu kommen und genau da ich ja als Coach für Frauen arbeite und ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, sie in ihr Blühen zu bringen, dass sie und ihr Leben aufblühen, ist es natürlich auch mein Anliegen mit diesem Kurs, dich noch ein bisschen mehr zum Blühen zu bringen und, ja, wenn die Energie im Fluss ist, wenn du bei dir bist, wenn du deine Bedürfnisse wieder wahrnimmst und bei dir ankommst, dann kannst du auch wieder viel mehr spüren, was du für dich brauchst und dann ist alles, jeder Lebensbereich in deinem Leben auch viel, viel mehr im Fluss, also das kann ich dir wirklich sagen, das wirkt sich weitreichend aus, wenn du in deiner Entspannung, in deiner Kraft, in deiner Ruhe bist und, ja, deswegen geht es eben darum, ja, dich in diese Ruhe, in diese innere Ruhe, in diesen Frieden mit dir selber auch zu bringen und dann auch mit den Gegebenheiten im Außen viel einfacher und leichter zurecht zu kommen, viel mehr Lebensfreude zu haben, alles in den Fluss, in die Energie, die Energie wieder in den Fluss zu bringen und, ja, darüber einfach insgesamt auf das gesamte Wohlbefinden einen positiven Einfluss zu haben und ich freue mich da schon ganz sehr drauf und wir werden auch ganz viel Spaß haben. Es wird, ja, immer mal Phasen geben, wo ich dich anleite ein bisschen, wo ich bestimmte Aufgaben stelle, Aufgaben mit Häkchen, aber auch Phasen, wo du einfach ganz intuitiv dich, ja, fließen lassen darfst, wo du einfach schauen darfst, was kommt aus dir heraus, was möchte sich gerade ausdrücken und dann wird es Phasen geben, die sind ruhig, die sind ganz bedacht, ja, ganz aufmerksam und bewusst und dann wird es Phasen geben, die sind sehr unkontrolliert und da geht es einfach darum, rauszulassen und, ja, es wird eine bunte Mischung sein zwischen ruhigem, kraftvollem, dynamischem und, ja, auf jeden Fall werden wir Spaß haben und ich freue mich drauf, wenn du Interesse noch weiterhin an dem Kurs hast und dich meldest. Ich freue mich schon riesig auf dich.